Das Besondere bei Berlin Personal Training ist, dass jeder von uns eine sportwissenschaftliche Ausbildung gemacht hat, ein Studium und dass wir alle in irgendeiner Form aus dem Leistungssport kommen, dass wir also wissen, worauf kommt es an, wo liegen die Schwerpunkte und natürlich, dass wir einen Service haben, der wirklich eins zu eins die Kunden betreut und der Kunde steht im Mittelpunkt mit dem absolut aktuellen Know-how, was die Sportwissenschaft hergibt und ich glaube, damit sind wir auch ziemlich erfolgversprechend und erfolgreich.